Neues Jahr, neuer Name für die ganzen Synergien, neue Werte, auf die die Synergien sich auswirken, gleiches Logo, ich gucke mal, ob ich ein bisschen Licht dahinter bringen kann, los geht's. Wollen wir jetzt an die Tiefe starten, erstmal die Definition, was eine Synergie ist. Also jede Karte hat eine Synergie, also normalerweise jede Karte hat eine Synergie, außer letztes Jahr Raphael Dias hat ja keine, aber normalerweise hat jede Karte eine Synergie und dementsprechend, wie viele ihr von dieser Synergie im Einsatz habt, wenn die aktiviert sind, wenn ihr die bestimmte Anzahl davon erreicht habt, gebt ihr eure Karte in bestimmten Werten einen Boost. Klar soweit. Dieses Jahr ist alles nochmal ein bisschen anders als letztes Jahr, dieses Jahr haben wir nämlich 10 Spielertypen plus nochmal 8 Boosts, das heißt, wir kommen insgesamt auf 18 Synergien. Wenn ihr neu im Spiel seid, Glückwunsch, da müsst ihr euch nicht erstmal umdenken, okay, wie heißt die Synergie jetzt überhaupt, weil hier haben wir jetzt zwar den spielmachenden Angreifer bei Sydney Crosby, war vorher der Verteiler, davor war ich es glaube ich nochmal anders, es ging mal auf die Beschleunigung, es ging mal aufs Tempo, jetzt geht's auf beides nicht mehr, also jetzt ist ja was Neues, als alter Hase muss man sich da echt nochmal umgewöhnen. Nehmen wir als Beispiel mal Sydney Crosby, wo wir jetzt hier eh schon da sind, eher die spielmachende Angreifer-Synergie, auf der rechten Seite sieht man 3 von 6, das heißt, wenn wir 6 Spieler oder 6 Karten in unserem Lineup hätten, die diese spielmachende Angreifer-Synergie haben, wäre das Ganze aktiviert, wir würden diese Werte, das heißt, die Beweglichkeit würde um plus 2 hochgehen, die King plus 2, Offensivwurzern plus 2, passend plus 3 und die Poker-Kolle geht um plus 1 hoch. Seine zweite Synergie, die sich auf Rang 4 bei der X-Fatokade freischaltet, war vor der Magier, davor war es mal magisch, jetzt heißt es flinker Individualist-Boost, auch hier braucht man sogar 8 Punkte, das heißt 8 Spieler, die diese Karte haben, die diese Synergie haben, wird dann später zwar nochmal irgendwie relativiert, weil manche Karten kommen dann mit zweimal flinker Individualist-Boost, manche haben es dann sogar dreimal am Schluss wahrscheinlich, also das ist alles noch rein, der Anfang ist das Anfangsgeplänkel. Wenn man das aktiviert, würde man auf Beweglichkeit plus 3 gehen, auf D-King plus 3, Handlau-Kolle zum plus 2 und Poker-Kolle plus 3. Heißt, wenn man sogar beides hier ankriegen würde, zum Beispiel die Poker-Kolle sogar um plus 4 hochgehen, D-King auch um plus 5, also schon ein gewaltiger Unterschied, wenn man beides anhat, was gerade was D-King zum Beispiel betrifft und die Beweglichkeit betrifft, ob wir jetzt mit einer 86-Beweglichkeit spielen oder eben mit einer 91. Fassen wir mal die 10 Spielertypen zusammen, die es gibt, einmal der Scharfschütze, der offensive Verteidiger, der Two-Way-Verteidiger, was ein komisches Wort ist, der Zwei-Wege-Verteidiger, der spielmachende Angreifer, ein Two-Way-Angreifer, ein defensiver Zug, ein Power-Forward, ein Vollstrecker, der Vollstrecker-Verteidiger und ein defensiver Verteidiger. Letztes Jahr haben wir immer gleich viele Synergien gebraucht, um eine zu aktivieren, jetzt ist es eben aufgeteilt, dass es der Herzen nach Positionen geht, hier haben wir eben die Verteidiger-Positionen, heißt, defensiver Verteidiger braucht man nur 3 im Line-Up, beziehungsweise 3 Spieler, die diese Synergie haben und hat Arz aktiviert, die dann auf plus 3 Ausdauer, plus 3 Bodychecks, plus 4 Defensivbewusstseiten, plus 4 Schussblocken und plus 5 auf Stick-Checking. Der Clou dabei ist, dass sich das nach und nach immer mehr verflüssigen, das heißt am Anfang eben, der Sydney Crossby diesen spielmachenden Angreifer, umso mehr Karten, beziehungsweise um die höher die Karte geht, umso mehr Karten davon rauskommen, kann natürlich auch sein, dass da eine Stufe kommt, wo eben Sydney Crossby dann ein Two-Way-Angreifer ist. Oder ein Scharfschütze, oder vielleicht sogar beides. Zu den Grundspielmachertypen gesellen sich nochmal 8 verschiedene Boosts, aufgeladen den Spielaufbau-Boost, den Schuss-Boost, den Offensiven-Zug, nein, haben wir schon gehabt, den Flinker-Indolist-Boost, den Tempo-Boost, den Checking-Boost, den Beschleuniger-Boost und den Defensiv-Boost. Jetzt hat aber nicht jede Karte automatisch so einen Boost, sondern eben nur ausgewählt, eben die X-Hotter-Karten, wie wie der Kartmisch auch zum Beispiel, wo dann eben der Defensiv-Boost hier auf Stufe 4 freigeschalten wird. Der Grund dahinter ist leicht zu sehen und meiner Meinung nach auch verständlich, man will einfach vermeiden, dass man Full-Karten hat, die bei 99 bis 99 Tempo sind. Heißt, nehmen wir die ganzen Skating-Synergien, oder Synergien, die sich auf Skating auswirken, eben auslagert, beziehungsweise nur auf bestimmte Synergien beschränkt, eben die ganze Progression verlangsamen. Heißt jetzt, welche Spielerfähigkeit, beziehungsweise welche Spielertypen, welche Boost sollte man hier aktivieren? Ich würde auf jeden Fall gucken, dass ich nicht von jedem einen habe, ohne dafür eine Synergie zu aktivieren zu machen. Also es hilft mir nichts, wenn ich jetzt einen Vollstreckersturm habe, einen Power-Forward, einen Defensiv-Boost-Forward. Dann habe ich zwar jeweils eins von acht oder eins von sechs in dem Fall, bringen wir allerdings gar nichts, aber zumindest gucken, dass ich irgendwas aktiviere, dass mein Line-Up so aufbaue, dass zumindest irgendein Boost aktiv ist. Natürlich umso mehr, umso besser. Und natürlich ist es gerade am Anfang auch hilfreich, wenn man die Synergie, wenn man eine Reihe hat, wo eine Synergie aktiviert ist, die dann auch in der ersten Reihe spielen, beziehungsweise die erste Reihe so aufstellt, dass eine Synergie aktiv ist. Weil in der vierten Reihe, ganz ehrlich, wie oft sehen die das Eis? Klar, am Anfang auch mehr, daher, dass die Ausdauer so gering ist. Aber ich würde auch gucken, dass ich da in den ersten beiden Reihen nur eine aktiven Synergien habe, wenn ich eben nur wirklich ein, zwei oder drei Synergien aktivieren kann. Gleiche gilt natürlich auch für die Verteidiger. Und auch wenn man jetzt da aktuell noch eine begrenzte Auswahl an Synergien hat, beziehungsweise eine begrenzte Auswahl am Boost, würde ich immer gucken, dass sich Boosts und Beziehungsweise Synergien aktiver, die der Karte auch gut tun. In dem Fall von Matt to Shane, 89 bis 90 Tempo, Balance nur bei 79, also da wäre es nicht gut, wenn man eine Synergie hätte, die die Balance boostet. Das ist schon im niedrigen 90er Bereich, die Hände im niedrigen 90er Bereich, Bodycheck nur bei 77, Aggressivität bei 77, Stärke bei 79 und Widerstandsfähigkeit auch nur bei 79, genauso wie Phase-Off-Reading bei 76 und Defensivost bei 79. Also hier wäre eine Synergie gut, die das Ganze eben, was jetzt eh niedrig ist, boostet. So geht die Beweglichkeit, die eh schon bei 84 und plus zwei auch, und auch die Hände wären besser. Aber gerade die Werte, wo eh niedrig sind, da tut sich gar nichts. Da wäre eine Synergie jetzt gut gewesen, wo diese ganzen Sachen, die eben eh niedriger sind als der restliche Durchschnitt, eben geboostet werden. Gutes Beispiel dafür wäre zum Beispiel die Training-Kampfkarte von Niklas Robertson. Man sieht die Balance nur bei 79, Bodycheck bei 72. Heißt, mit dem Checking-Boost dann geht sowohl die Balance hoch, als auch das Bodychecken. So ist der optimale Fall, wie man diese Synergien einnutzen sollte, einsetzen sollte, beziehungsweise wie die Synergien verteilt werden sollten. Und so eine frühe Preview, wo das alles mal hingeht, sieht man ja schon bei den Icons-Karten von Mario Lemieux, Wayne Gretzky und Gordy Howe. Hier am Markt Mario Lemieux von Grundhofer ist ein Scharfschütze. Man kann die Synergie aber tauschen und kann die aus ihm einem Spielmachenden Angreifer machen. Genauso ist mit einem Boost statt Spielaufbau-Boost. Könnte mir hier auch einen Defensiv-Boost geben. Jetzt für den Anfang würde ich irgendeine Synergie wählen, wo den Schuss besser macht, daher, dass wir noch viele Basiskarten haben, viele Karten, wo der Schuss schlecht ist, irgendwas mit Schuss. Und ich würde auch gucken, dass ich zumindest eine Fähigkeit, beziehungsweise eine Synergie bei den Verteidigern anmache. Das heißt, entweder der Offensiv-Verteidiger, wo eben auch nochmal auf den Schuss, auf die Kraft und auf die Genauigkeit geht. Oder eben Defensiv-Verteidiger, der Vollstrecker-Verteidiger. Bei Defensiv-Verteidiger haben wir eben noch den Vorteil, dass das Defensiv-Boost dann nach oben geht. Zusammen mit der Ausdauer. Wenn dann im späteren Verlauf nach und nach mehr Karten ihre Boosts bekommen, würde ich auch schauen, dass bei Verteidigern die Beschleuniger-Boost ankriegt. Aber die Beschleunigung bei Verteidigern immer wichtiger ist als das Endtempo. Bei Stürmen dann ganz klar dann Sachen, wo wir aufs Tempo gehen. Also eben Vollstrecker-Stürme. Tempo-Boost. Tja, mehr haben wir dieses Jahr nicht, was aufs Tempo geht. Heißt also auch, die Fähigkeit in goldene oder silberne Räder wird dieses Jahr umso wertvoller sein. Damals haben wir heute wieder angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Einblick geben, wie das Ganze mit den Synergien funktioniert. Ich sage, dieses Jahr ist echt anders, der RDR eben mit diesem Boost dazu kommt. Die Logos gleichgeblieben sind, die Namen sich verändert haben. Ich sage, das ist immer noch das Arbeitsziel, das ist immer noch diebisch, immer noch magisch. Ich glaube, ausbalanciert hat sich letztens auch fünfmal verändert. Also nicht ganz einfach. Vielen Dank fürs Einschalten, sauberbleiben. Ciao. Das war's. Das war's.